herzlich willkommen schön dass du da bist in diesem video möchte ich dir einige ratschläge zu mehr ruhe und mehr gelassenheit wird auf den weg geben es ist wichtig sich nicht vom strom des alltags und des geschehens um uns herum mitreißen zu lassen in der eigenen mitte zu bleiben ruhe und gelassenheit auszustrahlen denn der alltagsstress und die alltagsroutinen lenken uns mehr und mehr von unserer inneren mitte und kraft ab statt uns den weg zu uns selbst zu weisen ich habe für dich einige gedanken zusammengefasst die du auf dich wirken lassen kannst bevor du diese anhörst gebe ich dir einige tipps zu mehr gelassenheit und ruhe gönne dir bewusste und regelmäßige pausen in deinem alltag beruhige deine innere stimme und bringe diese zum schweigen beruhige deine gedanken die sich nicht auf das jetzt fokussieren sondern auf die vergangenheit oder auf die zukunft verzichte bewusst in deiner auszeit auf elektronische medien setzte dir kleine ziele während einer überschaubaren zeit welche dir bei erreicherung bestätigung bringen versuche nicht das außen zu verändern wenn du keinen einfluss darauf nehmen kannst sondern nimm es augenzwinkernd mit dem gedanken an dass die situation vorübergehend ist meditiere und entspanne akupunktur oder akupressur können die helfen dein stressniveau in notsituationen zu senken lade dich mit tageslicht auf ärgere dich nicht über misserfolge nehme sie als prüfungen war atemübungen können dir helfen dich zu zentrieren setze dich selber nicht unter druck es folgen einige glaubenssätze für mehr gelassenheit lasse sie auf dich wirken lehne dich zurück und schließe deine augen akzeptiere was ist beeinflusse was du beeinflussen kannst beeinflusse was du beeinflussen kannst beherrsche deine gefühle achte auf deine emotionen achte auf deine gedanken achte auf deine sensibilität bleibe ruhig verbinde dich in gedanken mit der kraft der erde und der kraft des himmels reguliere deine innere reaktion beherrsche deine gedanken beeinflusse sie und lenke sie behalte den überblick über dein leben suche nicht nach dem glück sondern sei glücklich steuere deine handlungen lebe im jetzt strahle gelassenheit und ruhe aus vertraue auf deine intuition achte auf deine sprache und wortwoll und lasse darin ruhe und gelassenheit einkehren nehme das leben als eine kunst war und dich darin als künstler entscheide selbst statt entscheiden zu lassen nehme deine umwelt positiv war verändere deinen blickwinkel wenn dich etwas stört zeige deine innere stärke nach außen zeige deinen mitmenschen deine geduld sei dir gegenüber geduldig und akzeptiere dich so wie du bist verändere nur was du verändern kannst tue was das beste für dich und die momentane situation ist spüre deine innere kraft und werde dir dieser bewusst verweile in deine inneren mitte und fühle dein inneres entscheide stets konstruktiv statt destruktiv nehme schwierigkeiten als herausforderung statt als problem war agiere in der gegenwart statt dich über die vergangenheit und vergangenes zu ärgern denke nicht darüber nach was andere über dich denken versuche nicht die kunst oder bestätigung anderer zu erhaschen sei stattdessen dir selber treu sei zufrieden schließe inneren frieden mit dir und deiner umwelt versuche nicht bedürfnisse im außen sondern im inneren zu stellen konsum führt nicht zu glück liebe deinen eigenen rhythmus begebe dich in deinen raum der ruhe ruhe in dir halte alle störenden einflüsse von dir fern blinde alles störende aus fühle dich nicht als opfer sondern nehme aktiv aufgaben des lebens an suche deine gelassenheit in dir deinen ruhepol fühle dich dabei mächtig da und über jedem anliegen erhaben trete aus einer schwierigkeit heraus und sehe dich als betrachter und moderator dieser situation und nicht als beteiligten sei der herr über jede situation in deinem leben und gibt den ton an deinem leben und denkst dir stets dass alles gut wird alles gut wird vertraue statt zu verzweifeln lebe in dem glauben dass du aus dem vollen schöpfen kannst und das um dich herum reicht und errscht du allein bist der dirigent über dein leben stell dir vor du bist ein reisender und das leben ist ein abenteuer das du mit leichtigkeit bereist sei eins mit allem was ist und ruhe dabei in dir wir sind nun am ende dieses beitrags angekommen und ich hoffe du konntest etwas wertvolles für dich mitnehmen ruhe und gelassenheit schöpfen und auf diese im alltag bewusst achten ich würde mich freuen wenn du bei meinem nächsten video reinschauen würdest wünsche dir alles gute ruhe und gelassenheit und bis bald ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020